Gelbes Band heißt Obst pflücken erlaubt. Die Stadt Metzingen beteiligt sich an der bundesweiten Aktion, die ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzt. Überall im Stadtgebiet haben Grundstücksbesitzer Bäume mit einem gelben Band gekennzeichnet. Hier können Passanten die Früchte für den eigenen Bedarf pflücken oder auf dem Boden liegendes Fallobst kostenlos auflesen. Allerdings gilt es dabei Regeln einzuhalten. Obstbäume ohne gelbes Band sind tabu, auch wenn sie auf der gleichen Wiese stehen. Eine Leiter mitbringen ist verboten und auf das Eigentum anderer ist ebenso zu achten wie auf Gefahrenquellen, wie zum Beispiel herumliegende Äste. Besitzer von Obstbäumen können die gelben Bänder immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr, ab September freitags von 12 bis 17 Uhr kostenlos an der Obsthalle abholen.